Grüßt euch Jungs und Mädels und wieder Willkommen zurück zu GTA 5 Wir haben ja jetzt hier den Ah ja, ok, wir haben ja hier den Bankraub jetzt gerade gehabt Und ja, ich würde sagen, das Geld müsste jetzt eigentlich gewaschen sein In dem Sinne, fahren wir mal zu Michael Mit dem schicken Bike Natürlich mit Helm Genau so Eigentlich ist das ein scheiß Bike Kann ich da durch? Ne, natürlich nicht Ähm, berechne ich kurz mal die Route Das wäre ganz praktisch, wo ist er denn? Wo ist der Typ? Ah, du Scheiße, da oben Na, klasse, ok Dann machen wir das halt so, ist ja auch kein Problem Kriege ich auch hin 2,1 noch was Kilometer Ey, du Penner Ah, genau so Genau hier lang Schönes Ding Ja, das dürfte doch so weitgehend funktionieren Einfach mal hier lang Hier Oh je Okay, das hat gar Ich gehe kaputt Komm, fahren wir mal auf den anderen Verkehr Damit unsere Special-Dings da mal ein bisschen höher geht Ah, Dreck Du bist schuld Genau du bist schuld Jetzt habe ich mal, dass wir nicht von der Polizei erwischt werden Ich habe hier nur Ich habe hier nur jemanden umgefahren Äh, Quatsch, umgefahren Was heißt umgefahren? Umgeboxt Das ist was ganz anderes Als umfahren Jetzt aber hier lang Ja doch, jetzt füllt sich die Leiste doch so ein bisschen So ein ganz kleines bisschen Ach du Scheiße Fuck, fuck Hui Das war ganz schön Nein Ganz schön tight Gerade Tight Ich rede ja langsam Oh Scheiße Auch wie ein Gangster Das geht gar nicht Das geht ja Das geht ja überhaupt nicht Hallo Ah ja Wir müssen zum Michael nach Hause Okay Ja gut Wenn wir das Alter Dieser Penner Ach Scheiße Hier rein, gell Ja, ja, okay Warte, dann stellen wir mal die Karre hier ab Und schmeißen den Helm hin Ich sagte, wir schmeißen den Helm hin Ja, geht doch Einfach auf den Boden Das Scheißding kostet knapp 80 Euro Hello Ach, ich muss jetzt in die Küche oder was Oh, hey, there you are Was cracking So, we all good? Hell yeah, we all good We did Yeah, you fucking ain't right We did So, here's the shot Lester's offloading the gems He knows a guy Get his 50 cents on the dollar Hell, we might actually have a little Spending money left After we pay off that psychotic Mexican motherfucker Cheers So, that's that, right? I hope so The whole job Everything about it Anyone who knows your file What is wrong with you? Davey, long time no see And what about Trevor? If that fruitcake realizes No, no, finds out you're alive You are D-O-N-E fucked Don't worry about Trevor Trevor's dead Gotta be Besides, I didn't have nothing to do with it Whatever the hell it is you're talking about Nothing Really Really? The criminals are believed to escape With millions of dollars worth of gems Oh Hey, hey, hey Albert's story had a lucky escape When the thieves ran straight into it Yeah, I was just doing my job And I said to this guy Hey, you gotta move these bikes I don't know anything about that What the fuck? He says something like You forget thousands of things every day You make sure this is one of them That's pretty scary Back to you in the studio You wanna get lit now, sugar? Pablo Rebazar makes 28 million Trevor, baby You wanna smoke up now? Don't do it, Johnny Don't do it Trevor You've been with my girl again? I'm speaking with you, asshole Don't do it, Johnny I told him, Trevor I told him We all get high We all get high But that don't make it right Leave it, Johnny Leave it The crystal has got us, babe But don't make it right Don't make nothing right Not what you're done with me I'm telling Johnny, leave it I ain't leaving nothing Trevor I'm talking to you, motherfucker Are you? What are you saying? Fucking my girl, man It's wrong Well, I gotta fuck someone You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy All right, let's fuck You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor I told him Leave it Leave it Shut up, Ron I'm about to fuck me a method, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor Oh I still love her All right, cowboy, hey, I know, hey, come on Johnny, next time, don't get in my fucking face I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap Get up, get up Fuck you then Was zum Teufel Alter, was zum Teufel ist das denn? Spiel mir jetzt mit dem, ja? Leck mich am Arsch, was ein abgefuckter Typ Alter Das gibt's ja gar nicht Was ist das denn für eine Flitzpiepe? Ich geh kaputt Ich geh kaputt Na gut Wenn's sein muss Wait, this ghost I saw His name is Michael Townley Sounds like he's living in Los Santos Find him Really? Uh, my cousin's there, but I don't Find him, Wade Does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry But, if we bury Johnny in the desert And then quiet down that bitch Ashley you was in Then they don't need to find out about it You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting I was just saying we should kill her You called her a bitch Ain't you got a mother? Everyone got mothers, at least one Ist denn das alles Dorftrottel Oder was ist hier los? Alter, ich geh hier kaputt Okay Hier rein, okay Eie Hey, you seen Ashley Johnny's looking for? Well, you know, as a matter of fact I just did just ten minutes ago Yeah, I saw her on the end of this penis here Johnny ain't gonna be cool If you messin' with her again Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey, cowboy You mind that I fucked your old lady? Sorry What was that? Well, no, no You don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient party of left Is this little bit of brain? And the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy Bullshit Oh, I like it, denial That is first part of the grieving process Brothers Now let's all hold hands, huh? Oh, looks like you got something you want to say Huh? You got something you need to say? This better be bullshit Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies Was ist denn jetzt los? Ich blicke hier nur die Hälfte Ich kriege hier nur die Hälfte mit Okay Okay Dann probieren wir das einfach mal Ach so Ja, das ist ja prima Das ist ja prima Dann können wir ja die Bikers Dann können wir die Biker ja umfahren Komm her, du Pisser Komm her Komm her Ich will dich um umnieten Fuck So, der ist weg Der ist auch weg Zwei Biker schon mal fort Ach, scheiße Disco Boss I mean There will be some by that Airstrip And some over, you know By that Hopps Ja, dann führen wir uns doch mal zu deiner Kackbande Die machen wir dann auch noch platt Das ist ja gar kein Problem Hoffe ich doch mal zumindest Huch, was war mit dir jetzt Alles in Ordnung Kumpel Alles im Griff Ist klar Ist glaube ich eher weniger Aber okay Glauben wir das einfach mal Dann Kommen wir da schon irgendwie hin Wo müssen wir überhaupt hin Wir folgen dem Penner jetzt Seit knapp drei Minuten Bis wir eigentlich Wo wir hinfahren Und ich glaube Der checkt auch gar nicht Dass wir dem hinterher fahren Obwohl Es ist eigentlich eindeutig Äh, ja Ich darf ja aussteigen, wa? Äh, ne, 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 ne Ah, das ist natürlich praktisch Ja, 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 okay Das müssen wir Das muss ich mal nach der Aufnahme lesen Weil jetzt gerade ist das ein bisschen blöd So mit dem Gefecht Das ist natürlich sehr geil Was, halte er gedrückt Und, äh, irgendwie Der schätzt Äh Achso Na, jetzt ehrlich Okay Okay, das hätten wir Mit denen Wo ist der Rest Was hatten wir noch für Waffen? Eine Pistole Das ist ganz praktisch Den Huh Das sind ja noch mehr Okay, die hätten wir auch Dann schnappen wir uns schnell die Munition Hier vorne den Pisser Wo ist er? Der ist weg Dann noch da oben ist einer Beziehungsweise war einer Alter Fuck Leckt mich am Arsch So, die hätten wir auch Dann fehlt nur noch der Pisser hier vorne Wie viele kommen denn da Wenn ich ehrlich bin Kehre zurück zum Laster Die hauen jetzt ab, oder was? Hauen die ab? Ja, die hauen ab Will ich denn auch gearten haben? Mensch Die Penner Ich hab ne AK Cool So, wo ist jetzt dieser scheiß Laster? Ach, da vorne Okay Alter, was ist das denn für ein abgefuckter Typ? Das gibt's hier überhaupt nicht So, du wichser Ja, 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 ja Beziehungsweise wir sind da Jetzt schon Was wird das jetzt? Was ist das jetzt? Trevor Gehe kaputt Ist das cool gemacht Nochmal Komm her What the fuck, Trevor? This is the fuck, my soggy friend You are out of business The lost MC are out of business The guns and crank in this area Go through Trevor Phillips Enterprise Or they ain't going Saying something don't make it true They're gonna greenlight you after this This is happening Kann ich noch erschießen? The Aztecas is an international enterprise Ja I'll go away, man But my people I thought you were crazy, man Not stupid I always let you operate I didn't have to We were always cool Okay, wir machen das anders Okay, das hätten wir Ich sollte ihm eigentlich nur Angst machen Er schießen wollte ich den überhaupt nicht Ich hab jedes Mal ein schlechtes Gewissen Ohne Scheiße Ich hab jedes Mal ein schlechtes Gewissen Wenn ich einen Unschuldigen töte Das gibt's überhaupt nicht Ich schreit auf die Speed Ich bin auf die Zeit Aber ich bin auf die Produktivität Personified Du hast wirklich viel geschafft heute Es war Zeit Ich schreit meine Fähigkeiten in Ordnung Du gehst irgendwoher? Als ich das Spectrum auf der TV Michael Townley Er ist dein Freund Du sagst, du sagst wurde shot, right? Du hast es zusammengekommen Ja, das ist er Mein beste Freund Ich dachte, er ist tot Du gehst schnell Ja, das fucking Ghost Ich habe über das Gehirn gesprochen. Er ist vivo? Er geht, und er spricht. Er schützt, also ich denke, ja, das macht ihn vivo, nicht wahr? Und wie wissen Sie es ihm? Es ist ihm M.O. Und es ist das gleiche Kornes-Shit. Er war 10 Jahre zurück. Das könnte ein Trapp, Trevor. Was ist jemand, wenn du denkst, dass er vivo ist? Ich bin traurig, als ich dachte, er ist tot. Ich bin traurig, jetzt. Michael Townley lives, und Breeze. Er ist in Los Santos, und er hat etwas zu erklären. Er könnte sich versuchen, dich in die Öffentlichkeit zu holen. Das ist eine Theorie von Verbrechen zu weit, selbst für dich, Ronald. Wirklich? Insofern, es scheint ein Schade für dich zu gehen, nur als T.P. Industrie ist finden. Ich mache das, was ich kann, um das Geschäft auf ihren Weg zu gehen, bevor ich departe. Geh aus dem Auto, Ron. Ich habe Zeit, um zu denken. Geh! Geh, Bitch, run! Lauf, Schlampe, lauf! Alter, das ist Trevers Unterschlupf. Ich gehe kaputt, das ist doch so ein abgefuckter Typ! Leck mich am Arsch! Alter, was ist das für einer Du hast ein Einschussloch, Kumpel Yeah, bestanden Mr. Phillips, Kopfschüsse 1 von 12 Ach ja, okay, das verstehe ich Schönes Ding Ja, okay, das verstehe ich Ja, okay, das verstehe ich Ja, okay, das verstehe ich